ARD Text im Auftrag von Funk Kann man sich immer füllen? Die nächste ist der Sohn Akzeptieren Wir können nicht stoppen, bis die Vardwaar unsere Welt verlassen Fällt hier gar nicht weiter auf Ja Transporter-Pad verwenden Das Transporter-Pad ist offline, Sir Meines Scans zur Folge ist es kürzlich ausgefallen Scheinert gibt es ein Problem in den Gräben Wir werden wohl einen Umweg suchen müssen Um Commander Jetanian zu treffen Es scheint so, wir sollten besser damit beginnen Die Außenbezirke der Stadt zu patrouillieren Alter Hm? Hm? W--------------- äh Drei Stück? Mhm Warte mal, wo ist... Wo ist... Wo ist... Esen... Ich kann die nicht auswendig Verdammt Was ist denn hier nochmal salutieren? Oh... Oh wewegen Schick Der sieht so süß aus hier. Der sieht aus wie bei einer Stellarisch-Spezies mit diesen großen Knubbelaugen. Oh man. Hat man jemand ein paar tausende... Wie hieß denn hier noch? Dili. Weißt du, sie klingt noch Dili? Ich dachte, es war dieses andere sogar noch. Ja, wie hieß es denn noch? Die, 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 die Kistalle oder so. Lobby. Lobby. Ja, Lobby werden ja noch fair einige machen, aber, aber... Da oben ist ja sogar ein Schiff, das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal. Wo? Was? Wie? Oben links auf den Schiff, auf den Felsen. Da ist ein Kobali-Schiff. Ja, ja, da geht ja diese Mission dahin. Das ist anders. Hä? Da oben war ich nicht, glaube ich. Kämpfen uns doch, 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 wir kämpfen uns doch dann hier einmal quer durch und dann oben auf den Berg hoch. Echt? Ja, ja, der Tempel ist ja dahin. Ich glaube, ich habe mit James damals irgendwas hier übersehen. Kann sein. Also wir haben uns Ewigkeiten in den Gräben abgekämpft und waren dann irgendwann in dem Tempel drin, aber... Nee, der Tempel ist nicht das Ende. Oh, mit dem Hoshi Chetanian sprechen. Boah, hey Hoshi. Wir hängen in there, but we could use your help. Also dafür, dass es der Sohn ist, aber der Tint alt. Ja. Kann schon, ich habe... Sie sind der Sohn des Generals? Moment bass. Ja. Meine Menschen nicht reproduzieren in das, was Sie erwähnen würden, wie ein normales Faschen. Insofern, wir benutzen ein Virus genetisches, um den DNA des Korpsen von anderen Spezies, reanimieren sie und transformieren sie in Kabali. Wir heißen das Prozess, Rebirth. Das Prozess dauert mehrere Monate. Nachdem, ein new Kabali ist an eine Familie, die will helfen, oder sie adjusten zu unserer Kultur und lernen, unsere Sprache. Alle Erinnerungen der Künstler, oder die Vergangenheit, sind geblieben. Es kann schwierig sein, dass diese neue Leben anzunehmen. Mein Vater war ein großer Hilfe für mich während dieser Zeit. Einige Kabali können nicht die Veränderung und fliehen, um ihre Vergangenheit zu suchen. In diesen Fällen ist es unser Ziel, diese verloren Seelen zu finden und sie zu helfen, um sie zurückzunehmen. Warum pflanzt ihr euch auf diesem Weg fort? Das ist nicht etwas, was wir normalerweise mit Outsideren diskutieren. Suffice zu sagen, unsere Ancestoren experimentierten mit Forzen, die sie nicht verstanden haben. Und wir wurden irrevocably verändert durch ihre Folle. Wir befinden uns mit unserer eigenen Extinktion, wir haben einen Weg gefunden, um zu überleben. Jetzt Rebirth ist das größte Gift, das wir den Tod geben können. Ich verstehe, der General meinte, dass sie Hilfe benötigen. Ja, wir haben zwei Probleme. Unsere Transporte in unserer Vorwärter Base haben stoppt gearbeitet. Und die Morale ist nach dem letzten Angriff. Könnt ihr uns eine Hand geben, indem wir mehr Soldaten zurück in den Kampf bekommen? Ich schaue noch auf das Problem mit den Transporte. Ich werde sehen, was ich für die Soldaten tun kann. Nö, nö. Ich fragte mal, weil ich gehe jedes Mal verloren auf dieser Karte. So. Auf, auf! Und das war's nicht unterkriegen. Zusammen werden wir mit Ihnen, äh, mit Ihnen werden wir mit dem Wattwurr fertig. Wir können die Wattwurr besiegen. Genau, gehen wir in das Häuschen rum. Wir stehen, sanotieren in einer Eingriffszone. Genau. Schade, hier haben sie das Wasser noch nicht überarbeitet, ich gerade. Wie? Sieht noch ein bisschen aus wie die, die, äh, Flüssigkeit von den... Jetzt bist du schon weg. Von den Gründern, ja. Ja. Du bist irgendwie im Felsen in der Blumen. Ja, ich hab' die mich gesammelt. Siehst du mich noch? Nicht mehr. Ja. Ja. Das ist wie dieses Erdmännchen-Spiel, wo man einen Hammer draufschlagen muss. Nee. Ah, schön. Nee, die sind nicht fettängstig, da müssen noch welche sein, die irgendwo... Arno fängt schon wieder zu schießen. Ja, tut mir leid, wir kriegen das sie. Ich bin mal ein Türmchen auf und da hinten hockt noch einer. Auf, auf in den Kampf! Sterben müssen alle mal. Ich werde herausfinden, wie dieses Transporter wieder funktionsfindig werden. Nach Sachen dazu. Ja. Da hast du eine Küste. Hier rechts von mir an der Hauswand. Ganz einfach, da ist eine Alpha-Wand hier bei diesem Zaun, da. So. 60% waren da schon mal nur eine gute Küste gewesen. Kämpfen wir uns mal hier auf dem Gelände. Da. Da. Habt ihr genug? Wenn wir eine Sekunde Ruhe haben, müssen wir mit dem Brückenoffizier entsprechen. Mal kommen wir weg, roter Alarm. Hala, diese Informationen zufolge haben die Wortwort-Transporter-Blockaden in der Gegend ausgesetzt, um den Vormarsch der Kobali zu bremsen. Wie lauten Ihre Befehle? Senden Sie Daten an die RRW, yeah. Wir müssen einen Weg finden, die Transportblockaden auszuschalten. Yeah, yeah, yeah. Sende. Einen Moment, Sir. Fertig. Das Technik-Team hat die Wellenlänge gefunden, die unsere Trikorder verwenden können, um die Transportblockaden zu deaktivieren. Wir müssen nur nah genug herankommen. Gute Arbeit, lasst uns die Barken deaktivieren. Was sind hier diese Dinger, die hier oben stehen? Hier ist einer. Weshalb ich das nicht? Ach, okay, weil ich angegriffen worden bin. Ich brauche nur eine Sekunde, aber ich muss den Dialog noch... Nein! Was tut? Nein, ich... ich werde immer angegriffen, bevor ich diesen Dialog erklärt kann. Oh, warte mal, ich brauche mal... Jetzt, 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 jetzt. Wunderbar. So, ich habe auch eine Transportblockierung hier. Jetzt sind die nicht, ich warte. Mach's du mit? Ich gehe mal zum nächsten... Ja, einer hieß dir noch, den war noch eben platt. Okay, das Weisen dann noch. Irgendwann stirbt der nicht. Immun, 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 ja jetzt geht's auf. So, noch ein Weg. Also du bist direkt hier geblieben. Ja, ja. Klar, ich lass' dich dann nicht im Stich. Ich hätt' dich auch grad nie wiedergefunden. Eiskanone? Ja, das war das Ding, was man im Mitte-Event gekriegt hat. Eine von den Fähigkeiten. Ui. Geht doch mal wieder hoch. Wie ein Vögel aus der Asche, ja? Das ist so eine Fähigkeit. Da sterb' ich noch, äh, steh' ich noch mal kurz auf. Steppst du noch öfter, ja. Dann sterb' ich noch. Dankeschön. Ups. Mei, mei, mei. Dankeschön. Wir sind hartbewusst. Ich seh' gerade. Wirklich, kommen alle wieder. Irgendwann müssen noch welche sein. Ich brauche auch noch einen. Ich brauche auch noch einen. Ich brauche auch noch einen, ja. Ja, genau. Ja, gehen wir mal hoch. Ah, das ist alles Cobaldi, die brauche ich nicht erschießen. Beide fahren. Die Schilder haben sie geil aus. Hm. Ne, äh, äh, rechts, 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 Hanno? Ja, ja, ich hab' nur die Schilder angeguckt. Achso. Was ist das denn? Achso, den Pflanzer. Das ist ja im ersten Moment aus wie so'n Pferdestatuen-Ding mit so ganz komischen Flügeln, aber... Hehehe. Transporter aktivieren. Ah, ja. Dann gehen wir mal zurück. Juhu, so. Hm, hm. Auch zu Harry. Also, Freunde, ganz ehrlich, ich kann hier nicht alle zehn Minuten eine Rede halten, damit jemand nicht so unmotiviert guckt. Also, so traurig. Gucken also, wie diese eine, äh... Roboter da aus, ähm... Anhaltung der Galaxie. Genau. Überprüfen Sie, ob Captain Kim mehr Informationen hat. Ich habe etwas ganz anders verstanden. Als ich erst die Caballi kennengelernt habe, seien sie nicht besonders religiösen. Lindsay... Jitlaya, meine ich. Ich meine sicherlich nichts über das. Aber... jetzt... fast alle Caballi, die ich habe besucht, folgt eine Kreide. Und es ist ein Tempel, nur außerhalb der Trenchen. Ich habe versucht, mehr über ihre Praktiken zu finden, aber sie sagen mir, es ist verabschiedet, sie mit Outschleiteren zu spüren. Denken Sie, dass es ein religiöser Krieg ist? Entschuldigung, über einen Vatrucks, Vatrucks. Vielleicht... Aber ich mich nicht, dass die Vatrucks, eine gewisse Vertragssysteme zu haben. Das ist nicht zu viel, aber ich werde meine Erfahrungen weitergehen. Vielleicht ist es ein Kastende. Fahrrad, Captain Kim, ich zähle auf Ihre Informationen. Ja, und so. Rück zum General. Mhm. Das ist ja süß, oder die? Ja, und die, glaube ich. Die Stabilität ist ein essentielles Teil unserer Praktik. Und das Tempel ist ein sacredes Raum. Nur Kabali sind verpflichtet, zu kommen. Wir können nicht stoppen, bis die Wadwur... Lasst einen Kommentar. Genau, wir können ja mal sagen, was denkt ihr über die Reproduktionstechnik der Kabali? Das hat man ja in Voyager schon gesehen. Und hier ist es in einem viel größeren Ausmaß. Und es wäre interessant zu hören, was ihr so meint. Zumindest erfährt man hier, ich weiß nicht, bei Voyager kam es ja immer so vor, was war zuerst das Huno oder das Ei, der Tote oder der Wiedergeborene? Kabali. Man hat es irgendwie nicht so richtig erklärt, finde ich, in der Episode. Wie das dazu gekommen ist, hier haben sie es mal so ein bisschen angedeutet, zumindest, dass es durch irgendein Experiment ausgelöst wurde und dass das jetzt quasi ihre letzte Möglichkeit ist. Wobei ich nicht verstanden habe, warum sie in all den Jahrhunderten nicht mehr daran geforscht haben, dass sie wieder normal hier knickknack und so. Aber okay, naja. Und zählt das vielleicht sogar schon als Leichenschändung? Naja. Ähm. Genau. Hartes Thema. Ja. Jo. Wir sehen uns aber jetzt beim nächsten Mal wieder. Und das geht mal in den Part. Genau. Dann, äh, hummel hummel. Mors Mors. Mors Mors. Jungs. 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 Untertitelung des ZDF, 2020